herzlich willkommen auf dem youtube kanal von elektronikmagazin.com mein name ist esra und ich gebe dir heute ein paar tipps welche du beim kaufen eines bluetooth audios adapters beachten solltest zu aller erst wann genau braucht man diesen adapter das passiert tatsächlich häufiger als man denkt gerade eben wenn man zwei geräte miteinander verbinden möchte ist ja sowieso immer funk bzw bluetooth das beste was man machen kann da eben keine kabel benötigt werden es liegt nichts im weg ist es im grunde kostenlos sofern die geräte bluetooth anbieten würden und es sieht am schönsten aus eben weil keine extra utensilien von nöten sind und aber gerade auch musikanlagen sei es jetzt die 7.1 anlage zu hause oder eine größere autoanlage oder sowas bieten das auch gerne einfach mal nicht an dass man diese mit per bluetooth mit dem endgerät mit einem handy tablet notebook oder sonst irgendwas verbinden kann und eben hierfür gibt es dann diese audio adapter die schließt man dann an die anlage an und so funktionieren diese dann eben wie ein anderes handy oder wie irgendein endgerät das bluetooth beherrscht und dann kann man daran sein handy sein smartphone was auch immer anschließen und so seine musik stream ohne ein kabel zu benutzen dennoch gibt es auch bei diesen adaptern ein paar kleinigkeiten man beachten sollte wenn man die sich zulegt zum einen natürlich die anschlüsse des adapters natürlich sollte man darauf achten dass auch diese anschlüsse an dem an der musikanlage vorhanden sind ansonsten muss sich noch mal einen adapter kaufen für die kabel das wäre kompletter quatsch von daher auf jeden fall darauf achten dass man diesen auch an die anlage angeschlossen bekommt und es gibt einige von diesen adapter die besitzen einen multi device port sprich sie können mehrere geräte gleichzeitig an sich angeschlossen haben also angeschlossen per bluetooth haben und das natürlich sehr schön gerade auch wenn man eben mehrere geräte hat von dem man verschiedene audioquellen stream möchte und nicht die ganze zeit das eine gerät aushalten damit er beim anderen gerät bluetooth anschalten möchte und so weiter und so fort dann kann man auf jeden fall zu seinem multi device port adapter greifen bei dem man dann eben mehr geräte anschließen kann außerdem ist natürlich auch die reichweite unterschiedlich hier kommt auch ganz auf den einsatzort an wenn das irgendwo ist bei dem das endgerät im notebook handy tablet was auch immer ein stück von der anlage entfernt ist auf jeden fall darauf achten dass die reichweite von dem adapter auch passt 10 meter 15 meter 20 meter was auch immer damit man hier nicht am ende des tages sich ein adapter holen dann trotzdem nicht zügen kann das war natürlich auch nicht im sinne der sache genau so viel dazu ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen weitere informationen sowie ausgewählte adapter findet ihr auf unserer homepage link dazu in der beschreibung ansonsten würde es uns sehr freuen wenn ihr diesen kanal abonnieren könntet bis zum nächsten mal tschüss vielen dank für das ansehen dieses videos um unseren kanal zu abonnieren klicke bitte hier für weitere interessante videos klicke hier oder hier